Mit deutlicher Rundung posiert Jamie King für die Fotografen. Doch diese Rundung an dem Körper der Schauspielerin ist ausschließlich ihre hübsche Babykugel. Am Rest ihrer schmalen Figur sucht man vergeblich nach Kurven. Und das, obwohl die 36-Jährige mittlerweile im fünften Monat schwanger ist. Auffällig lehnt sie sich nach hinten, um ihre Babykugel noch größer erscheinen zu lassen. Doch von ihrer dünnen Figur kann sie damit nicht ablenken. Schlank ist der Heart of Dixie-Star schon immer und auch während ihrer ersten Schwangerschaft 2013 nahm Jamie kein Gramm zu viel zu. Doch bei diesem aktuellen Auftritt mit Ehemann Kai Newman sind ihre dünnen Arme und das knochige Dekolleté wirklich auffallend. Dabei sollte die schöne Blondine doch gerade jetzt besonders gut auf ihren Körper und ihr Baby aufpassen. Wie sie 2014 öffentlich machte, hatte sie jahrelang große Schwierigkeiten schwanger zu werden und erlitt unter anderem fünf Fehlgeburten. Eine große Belastung für ihren Körper, die auch für ihre jetzige Schwangerschaft nicht ungefährlich ist. Und auch wenn Jamie an der Seite von Mann Kyle und Sohn James über beide Ohren strahlt und man ihr das Babyglück ansieht, ein paar Kilos mehr am Körper der Schwangeren würden sicherlich nicht schaden. Bis zum nächsten Mal! Ciao, zur Seite! Untertitelung des ZDF für funk, 2017